Weltlich gesonnene Menschen suchen Vergnügen und mästen sich wie Käfighühner. Der Weise, der dem Buddha folgt, fliegt zur Sonne hinauf wie der wilde Kranich. Das Huhn im Käfig wird gefüttert, doch bald wird es im Topf gekocht. Niemand füttert den wilden Kranich, doch er besitzt Himmel und Erde. Untertitelung des ZDF, 2020